So, wieder da. Diesmal befinden wir uns auf meinem Kanal. Ich wollte jetzt noch so ein paar Sachen sagen, so. Ähm, joa. In einem Jahr habe ich 18.275 Kanalaufrufe geschafft. Das ist schon mal sehr nice. Hätte ich niemals gedacht. Ich meine, es steigt um 100 pro Tag oder so. Deswegen wird das, denke ich mal, dann nicht mehr aktuell sein. Gravioli werden langsam kalt. Ich muss mal schneller essen, wir haben eine Kacke. Ähm, fast 20.000 Uploadaufrufe insgesamt. Wow. Damals hatte ich ja mit 15 angefangen. Jetzt bin ich 16 mal 17. Ich bin am 22.06.2010, habe ich mich angemeldet auf YouTube. Und am 11.11. habe ich dann angefangen zu let's playen. Ganze 67 Abonnenten. Ich danke jedem von euch einzeln. Mensch, ich werde hier jetzt nicht alle vorlesen, weil ich hier noch was anderes in dem Video oder in dem Part machen will. Ähm, joo. Dann können wir mal hier zu meinen Freunden. Ich habe ganze 97 Freunde, fast 100 Freunde. Ich kriege gerade eine SMS. Ähm, 140 Leute habe ich abonniert. Und sind es schon ein paar. Ja, sind ein paar Leute, die ich halt abonniert habe. Die ich gerne gucke. Dann kommen wir zu meinem Partnerkanälen. Also meine Co-Mis auf YouTube. Das wäre einmal Fabz.lp, aka Fabian. Tomb Raider Zockerin 97. Aka Anna, dann Neo Wesker 100. Dann einmal mein zweites Channel, der für den Arsch ist. Und die Mitglp. Bei denen gucke ich auch Videos an und ich gucke öfters mal auf dem Channel und so. Auf jeden Fall, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr sie ja auch mal abonnieren. Und joa. Ähm. Gut. Dann können wir mal... Wir gehen jetzt mal hier so hin. Klicken jetzt mal hier auf Infos. Dann wollte ich euch mal meine alten Backgrounds zeigen. Das ist ja immer neuer. Wartet mal. Aber okay, kennt ihr wahrscheinlich schon. Das hier. Ja, komm, 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 komm. Stell mal kurz auf Stumm. Das war... Das Video habe ich am 15.02. gemacht. Das ist... Okay, so lange her. Das habe ich einfach... Da habe ich einfach was ausgedruckt. Also nicht ausgedruckt, sag ich schon. Bin ich blem, blem. Da habe ich einfach irgendwelche Bilder aus dem Internet rausgesucht. Also das Bild hier. Habe das einfach mal... Ja. Übernommen. Das wird also doppelt und so gemacht. Dann könnt ihr... Ihr könnt ja jetzt mal hier mal so sehen, wie das Ganze früher aussah. Wie viele Abonnenten hatte ich da nochmal? 15. 15 Abonnenten hatte ich damals noch. Könnt ihr ja mal... Ja. Angucken. Dann hat mir Luke LPs ein Intro gemacht. Ne, Intro sage ich schon. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr denken. Auf jeden Fall sah das dann so aus. Hier kann man nochmal sehen, was ich so... Damals hingeschrieben hatte und alles. Und da waren auch mal ein paar Playlisten. Da sieht man sogar Mario Party. Trackmania hatte ich damals auch... Äh... Gespielt. Habe ich aber abgebrochen, weil das... Die Videos waren einfach nur scheiße. Wurde zwar gern geguckt, aber... Ne. Ne, 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 ne. Die waren es einfach zu schlecht. Joa. Das hat mir Luke LPs gemacht. Fand ich aber dann später nicht mehr so. Cool, dann wollte ich mir selber welche machen. Das habe ich auch später dann geschafft. Ähm... Jo. Dann... sah mein Hintergrund so aus. Den habe ich, glaube ich, schon selber gemacht. Da hatte ich schon 20 Abonnenten. In einem Monat 5 Abonnenten. Ist eigentlich ziemlich wenig, aber... Naja. Habe ich mir dann halt auch selber gemacht. Dann... Der nächste Background. Ja, die Hintergrund sind Geräusche von Minecraft. Die sollte Minecraft mal schließen. Wum. Minecraft geschlossen. So. So sah der dann aus, der Hintergrund. Ja. Ach genau. Ich hatte auch mal früher... Ähm... Let's Play. Mit Evil Knieville gemacht. Aber das hatte dann später nicht mehr hochgeladen, weil wir es abgebrochen haben. Und dann habe ich später nochmal mit den Leuten, die ja auch ausgelost worden sind. 502 da. E-Rising. E-Rising. Denny Strong Minecraft. Mit denen habe ich dann später auch mal... ein Let's Play gemacht, zusammen. Von Minecraft. Die Videos habe ich sogar noch hier. Auf jeden Fall habe ich dann später noch. Einen neuen Kanal-Design. Neues Kanal-Design. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 5 Minuten. 6 Minuten. Kack drauf. Hier ein neues BG. Das sah dann so aus. Das habe ich mir auch selbst gemacht. Da sieht man sogar noch ein Part von Mario Party. Und von Super Mario World. Da hatte ich das auch gerade am Laufen. Da war ich schon bei Part 13. So sieht das Kanal-Design aus. Waren es nicht die schicksten. Ich kannte mich auch noch nicht so gut damit aus. Aber, naja. Ne? So. Nächster Kanal-Design. Ja. Ja, 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 ja. Na, komm. Das fand ich eigentlich, das Kanal-Design sah eigentlich ganz gut aus. Habe ich mir auch gemacht. Schön im Blau. Da habe ich auch gerade Nightmares 2 und so. Könnt ihr mal alles angucken. Jo. Dann hatte ich... Uah. Verdammt. Egal. Jetzt gehen wir einfach mal auf Videos. Jetzt will ich euch das mal zeigen. Und da Favoriten habe ich das. Ähm. Ja, Favoriten. Äh. Genau, hier. Let's Play Together. Minecraft 502 hat der mal hochgeladen. Das war vor sieben Monaten. Bald acht Monaten. Ähm. Könnt ihr auch mal reinschauen. Einfach bei 502 da auf den Channel gehen. Und da wird das dann noch haben. Ähm. Gibt es sonst noch was, was ich so jetzt noch sagen könnte? Ich guck mal eben. Genau. Oh, das muss ich jetzt eben gerade mal laden. Äh. Genau. Genau, 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 genau. Ich überleg nochmal kurz. Ich überleg nochmal kurz. Ähm. Ne, doch, ich könnte noch was machen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Seite random.org. Ich hatte ja das Ein-Jahres-Special-Ankündigungsvideo gemacht. Leider haben jetzt nicht so viele Kommentare geschrieben und so. Aber von den Spielen, die jetzt hier angefragt wurden, werde ich jetzt so random eins bestimmen, aussuchen. Und das wird dann bei Glitzblade. Und zwar eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4. Äh. 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 Einmal Tomb Raider 2. Einmal Amnesia. Einmal Star of Empire at War. Und einmal GTA San Andreas. Jetzt werden wir eine Zahl zwischen maximal 4. Minimum 1. Und jetzt wird generiert. Mal schauen, was Let's Play wird. Let's Play wird. Ich bin gespannt. Und. Ja. Generate. Die Zahl 4. Und die Zahl 4. Die Zahl 4. Ist GTA San Andreas. Also macht euch gefasst auf GTA San Andreas. Die Spiele, die jetzt sehen in den Kommentaren sind. Werde ich vielleicht auch mal später nochmal Let's Play. Äh. Wer weiß. Äh. Vielleicht werde ich irgendwann mal Tomb Raider zocken. Vielleicht Amnesia. Vielleicht ein paar Star-Spiele oder Empire at War. Auf jeden Fall wird bald. Geht der San Andreas kommen. Wann weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall wird es kommen. Ja. Das war mein. Ein Jahr Special. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wir gehen jetzt nochmal auf meinem Channel. Äh. Ich hoffe euch hat's gefallen. Ich. Das war jetzt. Joach. Ziemlich lang. Ähm. Ich bin jetzt nicht alles durchgegangen. Ich kann ja mal eben nochmal. Äh. Äh. Hier. Wie ist es durchgehend klar? So. Le Teams so unter Scrollen und so Plo. Bla 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 bla. Eier espectn ist so. da sind meine ganzen Projekte Tutorials ja könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt wenn nicht, dann lasst es das war mein Einjahres-Special ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Einjahres-Special oder beim nächsten Video nochmal ein riesen Dankeschön an alle und wir sehen uns dann ja, beim nächsten Mal bis dahin und ciao